So, herzlich willkommen zurück. Der Ego Skunk, der wartet immer noch und der Fischi rennt hier einfach weiter. Der denkt, ich loote ihm was weg. Loote, ich verloote. Das H-Modler, ich Simseler bin. Es ist in mir drin. Au, wer schießt denn da? Warte, den Typen hole ich dir. Die ganze Zeit stehe ich hier und warte und nichts passiert. Und kaum dass du da bist, kommt werde ich beschossen. Ja, das hat so was an sich. Hier, hast du meine OP, Spitzhacke. Spass. Ein normaler Kram reicht. Zwei Stück. Wenn man es mal aufheben könnte. Vielen lieben Dank. Auf die Dinger kann man denn über Lava laufen oder was? Diese Dinger die auf dem Lava laufen, kannst du einen Sattel drauf tun. Und wenn man eine Karotten ruft oder keine Ahnung was tun, dann gehen sie hin wo du willst. Alles klar. Ah ok. Wäre echt was einfallen lassen da an wie da was. Das Neues gibt's. Ich lieb mein Ding. So. Das ist mal da rüber. So. Wollen wir uns bald mal wieder zusammen raufen hier, dass wir in eine Richtung dann gehen und irgendwie... Ja, ich kann dich gleich zu mir porten, wenn du magst. Was denn jetzt? Schon wieder fast runtergefallen! Fuck, Alter! Döhn und ächzt und quietscht hier ins Mikrofon. Ich bin einfach... Knochen! Ja, komm ich weiter, ich mein ganzes Ohr. Nein. Knochen, Knochen, Knochen! Oh, ich muss immer was essen. Ein kleines Schnitzel. Ja, kein Schnitzel, das war ein kleines Stückchen Fleisch. Ja, das wäre fast das Grill was gefallen. Das Leim oder was? Mhm. Oh. Noch ein Stück. So, ich bin bereit zum Porten. So, kleinen Moment! Mction. Mhen V Otter Mein Gott! Wie viele Endem empowerment sind da? Alter, hier sind ziemlich viele W anti. Ziemlich viel Wildschwein. Ich muss immer den beiden weg machen. Ü покупieren. subsequend. Alter, aber die sind ziemlich robust, die Viecher. Das Vieh will mir hier ans Leder. Ist schon wieder so ein roter Wald? Okay, für das ziehen wir hartere Schützer auf. So, jibijay, Schweinebacke. Das kann nicht wahr sein. Wieso? Das Ding liegt immer noch. Jetzt nicht mehr. Vieh ist Schweinchen, ne? C ist Misfit. So, also von mir aus kann ich, äh, kannst du. Boah, die müssen da so ein bisschen Platz machen gerade, wegen der weiten Wehrmann. Wow, Alter. Das Vieh teilt aus. Okay. Wo bist du? Bist du auch bei uns in der Nähe, oder? Nö, ich muss mich, äh, meine Magie benutzen. Ähm... Bist du nicht mehr Steine? Möchtest du noch? Nöchtest du noch? Nein. Wow, 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 wow. Das war fucky. Das war fucky der dick, das war fucky der dick. Das war... Ich hab Feuerresistenz. Das ist schön, ich brutze mal so von mich hin. Wenn man Brat, Max, zu grillen, hätte ich denn morgen einen. Weil der hinten rumgehen können, ne? Ich grillte Klusprich groß, da will jeder gleich ran. Oh, Wasserzauber. Stimmt, da war ja was. Oh, ich dachte, ich meinte, sinkt der anders weiter. Autsch! Ach, da kann ich mit Wasserzauber... Nein. Schade. Ihr seid in die Hange. Ich war untergefallen heute. Nein, fast. Ich liebe Gold. Ah, oh, ich hab schon wieder gerne in der Fresse, Jungs. Es macht Jungs. Magst du Stern? Ich sehe bei den Breitkinder. Oh, da hinten ist ein Onkelkonstrukt. Ja, aber auch nicht. Na, aber auch nicht. Na, aber auch immer so leicht den Augenfinkel gesehen, aber... Ja, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Au. Tschüss. Ach, seht. Gut. Jetzt runter die Bums. Hat's Bums gemacht und unten ist er. Kann man nicht so schräg von da, wo du jetzt bist, Uni? Wo wollen wir denn hin? Nein. Ich suche nur eine Festung. Kein Fisch mehr aus. Nein. Vielleicht ist nur der Nebel und der Server. Eine Festung hätte ich gern nochmal für ein bisschen Action. Das wäre schön, ja. Auch eine, die noch nicht geplündert wurde. Ja, ja. Das wäre wirklich schön. Könntest du Flying Enable bitte aufhören? Äh, nein. Doch. Warum hast du Fly Egg? Ja. Na siehste. Mit Magie. Siehste. Magic ist noch Enable und der Server. Pass auf, Uni. Du hast gleich den Kopf an. Doch gut. Dies sieht gut aus. Ich lauf hinter dir und buddelt das weg. Wir können uns auch fallen lassen. Bisschen Essen hab ich noch. Scheiße die Ohren lenken rüber, wenn du runter springst. Das war knapp. Was machst du denn mit meinem armen, alten, schwachen Herz? Das ist so. Fack mich! Ich bin erstmal drüben da. Ich fang dich nicht. Du hupst mir nur ins Gesicht. Auf deiner Kartoffel gelandet. Das ist meine Kartoffel. Okay, ähm. Halt! Zu mir goldiges Gold. Jo. Ich buddel mich mal einfach quer stumpfetlosch. Ich hol'n Gast. Nicht. Du bist einfach vorher gegangen. Ich dachte ich buddel oben, du buddel jetzt unten. Aber wenn du nicht möchtest. Ja. Mach mal das so. Hä? Ich hab euch verloren. Das ist gut. Aha. Das war der Plan. Ja. Wann sich sehen. Wir haben ab hier. Jetzt können wir trutschen. Habe ich dir? So ein Magma-Zeug. Ja. Da sammle ich auch gleich ein. Das ist ja nicht so ein Material von der Festung. Oder bin ich jetzt hier falsch? Das sieht sehr gut aus, ja. Sehr wie von dem Magma-Zeug. Sehr tief. Okay. Da geh ich nicht runter. Hallo. Guten Tag. Ach schon wieder. Ja mit Magie. Ich teleportier mich gerne. Das sieht nicht aus wie Festung. Dieses Sonnenkonstrukt hier. So sah gerade so aus. Boah. Alter. Hallo Nachtra. Hallo. Okay. Lass ihn machen. Die klauen unsere Jobs. Die klauen unsere Jobs. Wir haben unsere Jobs. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Kartoffelikelfolge. See ya.